servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute es ist eigentlich kein tipp video weil letzten endes wie das ganze funktioniert sollte eigentlich relativ klar sein es geht noch mal um das thema drachen reiten in quasi ganz azeroth denn überall falls ihr es nicht mitbekommen habt deswegen erwähne ich das noch mal überall wo man fliegen kann kann man jetzt drachen reiten verwenden das heißt kalimdor östliche königreich pandaria und so weiter und so fort ausnahmen werden halt lediglich so zonen wie beispielsweise hier ich glaube das waren diese burning crusade zonen im immer sangwald und so weiter wo man das normale fliegen auch nicht benutzen kann da könnt ihr dann auch das drachen reiten nicht benutzen aber letzten endes sorgt das dafür dass ihr so schnell wie bisher noch nie durch azeroth heizen könnt ihr könnt jetzt ganz normal ganz easy ganz simpel auf eure dragon riding mounts aufmauten und ja das gameplay funktioniert halt genau so wie vorher auch ihr habt dieselben tasten zur verfügung ihr habt dieselben fähigkeiten zur verfügung und könnt euch dann so durch die gegend scheppern und ja ich denke es ist relativ deutlich dass das eine ganze ecke schneller ist als fortbewegungsmittel wir haben als kleinen malus fluggeschwindigkeit um bis zu 830 prozent erhöht steht noch an dem mount dran allerdings ist es so dass blizzard die fluggeschwindigkeit ein bisschen genervt hat euch stehen in den alten kontinenten in anführungszeichen nur 85 prozent dieser geschwindigkeit zur verfügung damit kommt ihr aber immer noch auf um die 700 prozent movement speed was halt immer noch wesentlich schneller ist als das normale reiten und um das jetzt auch einfach noch mal zu zeigen wir hängen jetzt hier gerade mal ab in klingen hügel und ich fliege jetzt von diesem turm einfach mal auf die tore von ogre mar und wir legen einfach mal los und ihr seht dann einfach was für ein unterschied das macht bis jetzt so eine kurze strecke ich hatte schon mal in einem anderen video gezeigt wie viel zeit man sich mit dem drachen reiten erspart gegenüber dem normalen fliegen also drachen reiten ist nicht nur in der theorie mehr als doppelt so schnell sondern auch in der praxis wichtig sei dazu gesagt ihr könnt dieses feature aktuell erst ab stufe 60 nutzen also ihr könnt nicht mit twinks auf level 10 direkt auf euren drachen reit mount gehen und hier durch die gegend scheppern das geht leider nicht aber nichtsdestotrotz denke ich ist es auch so ganz in ordnung haben jetzt hier 37 sekunden für diesen kurzen weg und wenn wir das jetzt noch mal rein hauen mit dem dragon riding da dürfen wir die zeit vor allem mit den ganzen neuen fähigkeiten die man jetzt hat noch viel viel weiter runter drücken können ich habe jetzt einfach alles raus was geht und dann haben wir die schritt den schnitt in nicht mal ganz 15 sekunden abgeschlossen also letzten endes es ist deutlich deutlich schneller wenn man reisen möchte aber was vielleicht für euch ganz interessant ist es macht auch die farmerei für viele sachen deutlich angenehmer beispielsweise wenn ihr schon immer mal den erfolg meister der lehren holen wolltet der natürlich sehr sehr viel zeit in anspruch nimmt auch mit drachen reiten aber ihr müsst halt durch jedes einzelne gebiet durch scheppern und questen heißt man muss auch sehr sehr viel reisen und mit dem neueren mount speed ist das doch eine wesentlich angenehmere geschichte oder keine ahnung ihr seid auf dem weg zu eurem wöchentlichen invincible farm run denkt daran dass ihr jetzt das drachen reiten benutzen könnt und zur eiskronen zitadelle zu fliegen sind halt alles so sachen macht den kohl am ende oder erspart euch jetzt nicht jahre eurer lebenszeit ne aber kann wenn ihr viel unterwegs seit am tag ein paar minuten ausmachen die ihr dann in andere sachen sinnvoller investieren könnt also alles in allem denkt daran das steht uns jetzt zur verfügung ist irgendwie ziemlich ziemlich ungewohnt dass wir das jetzt hier auch nutzen können aber gut so ist das leben ne kommt immer mal wieder was neues dazu und damit danke an euch fürs zusehen schreibt mir gerne in die kommentare wie findet ihr es dass man jetzt überall drachen reiten kann bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen aber